Ja hey Leute, in diesem Video gibt es 5 Last Minute Geschenktipps, viel Spaß! Fangen wir doch gleich an mit dem ersten Produkt und zwar ist das eine Panzerglasfolie. Heutzutage hat ja fast jeder ein Smartphone und das soll eben auch geschützt werden. Dafür gibt es eben Panzerglasfolien, das ist eine zweite Glasschicht auf eurem Display. Gibt es eigentlich relativ günstig schon zu haben, ich habe mal verschiedene Modelle in der Beschreibung verlinkt. Das könnt ihr eigentlich fast jedem schenken, denn wie gesagt, jeder hat heutzutage ein Smartphone. Auf Platz 2 habe ich einen mobilen Lautsprecher von Anker für euch und zwar den Soundcore. Ist derzeit Bestseller Nummer 1 auf Amazon und das auch zu Recht. Das Ganze gibt es in drei Farben, schwarz, rot und blau. Und ich habe den jetzt seit 2, 3, sogar vielleicht 4 Wochen im Test, also schon relativ lange. Und der Akku bis jetzt war noch kein einziges Mal leer. Ja, ich habe den aus der Verpackung genommen, seitdem die ganze Zeit benutzt. Im Bad habe ich den hingestellt, im Hotel unterwegs hatte ich den dabei und immer Musik gehört und der Akku ist immer noch top. Laut Herstellerangaben 24 Stunden, Bass ist super, wirklich klar. Es hat ein integriertes Mikrofon zum Telefonieren. Ist klein und handlich, sieht auch relativ schick aus, ist etwas robust und hat auch Lautstärketasten auf der Oberseite. Und das kann man eigentlich zur Winterzeit nicht so wirklich benutzen, aber spätestens im Sommer könnt ihr das Ding überall mitnehmen und ist super praktisch. Ja, auf Platz Nummer 3 habe ich ein wirklich cooles Gadget und zwar eine smarte LED-Glühbirne mit integriertem Bluetooth 4.0 Lautsprecher. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, ist wirklich sehr, sehr cool. Ihr könnt euer Handy oder euer Tablet damit verbinden, könnt dann über das Smartphone die Farbe der Glühbirne bestimmen und könnt auch direkt von dem Smartphone oder von dem verbundenen Gerät aus Musik über die Glühbirne ausgeben. Und habt eben eine einstellbare LED-Glühbirne und gleichzeitig einen Lautsprecher, den ihr überall hin mitnehmen könnt. Auf Platz 4 ist etwas, mit dem ihr jedes Gerät personalisieren könnt und zwar mit einem Skin. Ich habe hier verschiedene Skins getestet. Mit einem Skin könnt ihr super schnell die Farbe wechseln und das Aussehen so sofort verändern, das Feeling ändern. Es gibt viele verschiedene Farben, es gibt viele verschiedene Oberflächen, Designs, ihr könnt da wirklich freien Lauf lassen. Ich habe in der Beschreibung mal ein paar verlinkt, die ich selbst benutzt habe und getestet habe. Die Farbe gibt es ab 10 Euro, was also nicht wirklich teuer ist und ihr könnt damit gleich mehrere kaufen für euch selber, für denjenigen, den ihr was schenken wollt. Ja, falls der Skin einem nicht mehr gefällt, kann man den natürlich problemlos wieder entfernen und hat dann sein ganz normales Gerät wieder. Ja und den letzten Geschenktipp, den ich für euch habe, habe ich selbst meiner Freundin gekauft. Und zwar ist das eine Fujifilm Instax Mini Sofortbildkamera. Finde ich aber wirklich sehr, sehr cool. Man kann damit super schnell ein Bild machen und das kommt sofort oben rausgedruckt heraus. Und man hat dann eben das Ganze in einem Mini-Format, das man dann entweder aufhängen kann, ins Portemonnaie tun kann. Finde ich wirklich schön. Das Gerät sieht auch schick aus und vor allem die Damen haben damit wirklich Spaß und können dann damit auch etwas anfangen. Ja, das war es dann auch schon mit 5 Last-Minute-Geschenktipps. Ich denke, es war für jeden was dabei. Falls ihr noch was braucht, schaut in die Beschreibung. Ich habe die ganzen Produkte verlinkt und nochmal ein paar Produkte mehr, falls ihr ein bisschen Amazon durchstöbern wollt. Es ist für jeden was dabei. Ich hoffe, ihr habt dann alle eure Weihnachtsgeschenke gekauft. Ich wünsche euch dann frohe Weihnachten und wir sehen uns dann nach den Weihnachtssagen wieder mit einem neuen Video. Bis dahin, ciao! Bis dahin, ciao!